Ein Horrorszenario ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, dem 7. August in Bernsbach. Bei einem Verkehrsunfall explodierten die Gas- und Kraftstofftanks eines PKW. Wie die Polizei anschließend beschrieb, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Citroën auf der Lauterer Straße entgegen der dortigen Einbahnstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Straße der Einheit Bayerfelder Straße kollidierte er mit der hinteren rechten Fahrzeugseite eines von links kommenden Dodge. Durch die Kollision brach das Heck des Dodge nach links aus und es kam zum Zusammenstoß mit einem Suzuki aus dem Gegenverkehr. Der Dodge kam ins Schleudern und blieb letztlich quer auf der Fahrbahn stehen. Dabei wurde noch eine Straßenlaterne beschädigt. Der 23-jährige Dodge-Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Doch aus dem Flüssiggastank des Dodge sowie dem Kraftstofftank traten die Treibstoffe aus. Zeitgleich näherte sich der Citroën-Fahrer, als es zu einer Verpuffung kam, wobei der Gastank und der Kraftstofftank explodierten. Durch umherfliegende Fahrzeugteile und dem sofortigen vollständigen in Flammen gehüllten Dodge wurde ein in der Nähe abgestellter Peugeot, die Fassaden angrenzender Häuser sowie der Fahrbahnbelag beschädigt. Der Citroën-Fahrer, die Suzuki-Fahrerin sowie ihr 61-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Zwei Insassinnen des Citroën, 11 und 23 Jahre alt, der 23-jährige Dodge-Fahrer, eine weitere 53-jährige Insassin in dem Suzuki sowie ein Ersthelfer verletzten sich leicht. Insgesamt waren 14 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes auch aus dem Bereich Katastrophenschutz sowie mehrere Notärzte tätig. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus noch verhindern. Mit Schaum konnten sie schließlich das brennende Fahrzeug löschen. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Zum Hergang ermittelt die Polizei.